So, wir haben über die Olympischen Winterspiele in Sochi letzte Woche ausführlich berichtet. Und zwar, das darf ich Ihnen nicht ohne Stolz sagen, mit großem Erfolg, homosexuelle Propaganda ist in Russland ab sofort nicht mehr verboten. Ja, anders kann ich den jüngsten Auftritt des Polizeicorps von Sochi gar nicht interpretieren. So, und wenn Sie zu Hause, wie ich jetzt, sexuell sehr erregt sind, bleiben Sie dran, denn jetzt kommt es noch geiler, jetzt kommt Aspekte, das war die Heute Show, wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss, schönen Abend noch. Applaus